So, jetzt sind wir hier am Swimmingpool. Da sind die Regen außen rum. Da laufen wir auch mal ein Stück vorbei. Nicht-Schwimmer-Bereich. Da hinten ist dann der Schwimmer-Bereich, die Bar und Badekappen braucht man hier. Und ganz da unten, da ist der Kraftraum. Guys, ich bin ganz da unten, ich bin ganz da unten. Ganz da unten, da oben ist ihr gesammelt, da oben ist entlang. Ich bin sehr gespannt, wie viel riesig ist. Ja, ich gebe hier немного deutlich. Ich bin nicht berühre.